Nächstes hören Sie von uns A Groovy Kind of Love. Dieser Pop-Song greift zurück auf ein Thema des italienischen Pianisten und Komponisten Musio Clementi, der als Zeitzeuge Mozart von 1752 bis 1832 lebte. Am Klavier begleitet uns ein Künstler auf seinem Instrument, Alejandro Sarkisian, Ihnen vielleicht bekannt als Musiklehrer im Musbop, als Klavierlehrer im Musbop. Wir freuen uns wirklich sehr, dass er sich bereit erklärt hat, uns bei unseren beiden Konzertabenden musikalisch zu begleiten. Und dieses Lied erzählt über eine ganz besondere Liebe zweier Menschen zueinander. Und da heißt es im Text, wenn ich mich niedergeschlagen fühle, so genügt ein Blick auf dich und alles wird wieder gut. Ich spüre mein Herzklopfen und ich weiß, unsere Liebe ist etwas ganz Besonderes. A Groovy Kind of Love. When I'm feeling blue, all I have to do is Take a look at you, then I'm not so blue. When you're close to me, I can feel your heartbeat, I can hear your breathing, in my ear. Wouldn't you agree? Baby, you and me got a groovy kind of love. Anytime you want to, you can turn me on to. Anything you want to, anything you want to, anytime at all. When I kiss your lips, how I start to shiver, Can't control a glimmer in the inside. Wouldn't you agree? Wouldn't you agree? Wouldn't you agree? Baby, you and me got a groovy kind of love. Groovy kind of love. Groovy kind of love. Groovy kind of love. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020